einen wunderschönen guten abend ihr lieben jetzt habe ich hier echt noch gekleckert das war saublöd ach komm ja wie geht's wie steht's was gibt's neues blöde frage ich weiß ich weiß was es neues gibt ich muss hier mal ganz kurz das wegwischen das war echt eben wieder richtig schlau gewesen wir haben neuigkeiten bekommen das habt ihr vielleicht so nebenbei mitbekommen der neue jurassic world film es gibt den ersten teaser und es wurde von universal selber jetzt offiziell der plot gedroppt also der plot ohne spoiler aber wir haben jetzt die offizielle rahmenhandlung der ganzen geschichte wenn ihr das noch nicht gesehen habt ich werde es hier gleich vorlesen ich wir gehen darauf gleich mal ein das was da drin steht ist wirklich sehr interessant der plot dieses films ist tatsächlich erscheint ultra anders zu werden als die anderen filme und sind wir wieder da jetzt immer wieder live ein ganz besonderer league der stimmt tatsächlich und es geht in richtung um nicht zu viel vorweg zu nehmen in richtung virus also wirklich sehr interessant was da alles jetzt so rausgekommen ist bei der ganzen geschichte ich versuche gerade mal auf die chats nebenbei einzugehen jetzt habe ich nämlich wieder zwei chats hier an einmal auf twitch und einmal auf youtube selber ja darüber quatschen wir jetzt auf jeden fall hier folge dir erst seit kurzem dann vielen vielen dank für den support was gibt es neues der park wächst und wächst welcher park das wird mich mal interessieren welcher park wächst und wächst leider kann ich nicht dabei sein heute ich hole den stream nach gehe jetzt ins kino alles klar auf jeden fall viel spaß niklas kannst den stream ruhig nachholen wir quatschen jetzt über ein paar sachen wir haben ich wiederhole es noch mal ganz kurz einen teaser bekommen wir haben den offiziellen titel bekommen wir haben das offizielle logo bekommen wir haben zwei bilder bekommen die uns im allerersten offiziellen richtigen trailer erwarten sollen und wir haben den plot von universal alles von universal selber offiziell gedroppt bekommen ja der plot wie gesagt der haut jetzt hier keine großen spoiler raus sondern einfach nur die grobe rahmenhandlung das habe ich eben gerade schon mal erwähnt ich sollen wir uns noch mal kurz den teaser angucken wäre das noch mal von nöten dass man da noch mal kurz zusammen irgendwie reinschaut ich meine der haut jetzt ja nicht so viel raus aber wir machen das trotzdem mal ganz kurz denn tatsächlich können wir auch unter dem offiziellen post von jurassic world rebirth von der offiziellen jurassic world seite da können wir nämlich auch die grobe rahmenhandlung des films zusammenfassen ich werde die aber gleich trotzdem noch mal kurz auf deutsch vorlesen dass ihr da auch alle alle was davon habt wir gehen jetzt einfach mal ganz kurz rüber in den zum ersten teaser zu jurassic world rebirth ne das war falsch das ist nämlich der hier jetzt haben wir ja auch den twitch chat neben dran bitte nicht daran stören die machen wir vielleicht einfach gerade mal weg sorry twitch ich lese euch trotzdem weiter ich mache euch dann auch gleich wieder an nur für den teaser jetzt machen wir das mal ganz kurz hier alles weg denn da quatschen wir jetzt einfach mal drüber ich lasse das ganze erst mal durchlaufen wer es noch nicht gesehen hat ich denke mal die meisten werden schon mitbekommen haben und werden es auch schon gesehen haben trotzdem sind nur zehn sekunden ich halte jetzt kurz meine klappe und dann quatschen wir da gleich mal ein bisschen ausführlicher drüber das war es tatsächlich schon das ist der erste teaser den wir zu jurassic world rebirth bekommen haben ja warum ist er so besonders relativ einfach wir haben jetzt endlich eine bestätigung dass das teil wirklich jurassic world rebirth heißen wird und es gab ja ganz viele spekulationen dann irgendwie noch zum schluss es gab ja auch aussagen wie das ding wird niemals dressic world heißen das habe ich auch lange zeit gedacht dann gab es dinge wie dressic world rebirth ist nur der arbeitstitel nee tatsächlich war das so gewesen dass diese anmelde formulare die gedroppt wurden bei denen wir gesehen haben dass universal eine domain angemeldet hat mit dem titel jurassic world rebirth dot movie die sollte eigentlich gar nicht an die öffentlichkeit rauskommen hat wohl irgendeinen arsch einfach veröffentlicht ja das ist halt der offizielle titel jonathan bailey hat sich dazu ebenfalls sehr bedeckt gehalten der hat ja auch gemeint ja wir haben dem dem film eigentlich keinen speziellen namen am set gegeben das war wohl auch gelogen denn er wusste auch dass das teil jurassic world rebirth heißen wird warum rebirth gehen wir darauf vielleicht noch mal ganz kurz ein der name rebirth bezieht sich nicht auf irgendetwas was im film selber passiert sondern der name rebirth bezieht sich auf den film selber ja also die wiedergeburt eben man könnte sagen es ist jetzt die zweite wiedergeburt vom jurassic franchise wir hatten nach jurassic park jurassic world das war die erste wiedergeburt jetzt haben wir eben dann hiermit die zweite wiedergeburt des gesamten des gesamten franchise deswegen der titel jurassic world rebirth ja ich habe das logo gesehen und es kommt auch heute noch ein video zu mir online das habe ich direkt nach dem nach der sichtung des teasers aufgenommen mit meinen frischen gedanken und allem drum und dran da erwähne ich auch dass der dass das logo an sich hätte mir das logo einer von euch zugeschickt und hätte gesagt ey tobi kann das offiziell sein hätte ich glaube ich gesagt nein es sieht nicht schlecht aus auf gar keinen fall sieht sogar ziemlich geil aus aber irgendwie naja nach david köpfs aussage dass der kommende jurassic film etwas komplett neues werden soll habe ich irgendwie gedacht das logo wird auch was ganz neues sein ich habe gedacht wir werden hinter dem jurassic ein neues wort haben kein world kein park mehr ich dachte auch wir bekommen hier vielleicht neuen dinosaurier hin der t-rex ist wieder da ja ich finde es cool es gefällt mir echt gut was sagt ihr dazu im chat wie ist eure meinung zu dem zu jurassic world rebirth sowohl zum logo als aber auch zum namen gebt mal euer feedback kurz in die in den chat rein hallo tobi bist der beste vielen dank ihr seid die besten sieht irgendwie was sieht irgendwie wie ein ei aus das logo müssen wir gleich noch mal kurz reingucken ja sorry tobi muss gehen alles gut alles gut hast du die gewinne schon verschickt hat noch nichts bekommen ja niklas ich habe dir aber auch eine e mail geschickt dass deins steht immer noch da hinten da hinten das geht erst morgen raus weil die hatten bei der post kein paket gab das groß genug war und ich kam noch nicht dazu das tut mir leid dass du der einzige bist aber der rest müsste es jetzt die tage auch bekommen ich habe die dinge erst vorgestern weggeschickt bin also generell wie immer halt spät dran aber du bekommst eins auf jeden fall auch signiert wie du es wolltest ja ist halt kommt aber auf jeden fall gut mir gefällt das logo richtig gut schick und farbenfroh das stimmt tatsächlich gut lasse es auf mich zukommen das hört sich so ein bisschen passiv positiv an passiv positiv was ist passiv positiv das logo in a form hat auch was ihr lacht aus weil das falsch ich jetzt verstehe ich es erst das logo ist eine form für die dies nicht verstanden haben weil ich das bild noch zentriert habe von einem anderen stream deswegen sah das eben so blöd aus kann ich euch das nicht auch kurz hier rein schicken das müsste doch auch funktionieren erschreckt euch mal gleich nicht falls jetzt hier kurz wieder alles zusammenbricht ich bin sofort wieder dann für euch da vielleicht klappt sie auch einfach mal ohne zusammenbruch denn dann kann ich die ganzen bilder die wir jetzt bekommen haben ruhig einfach in obs einblenden das geht tatsächlich das ist ja krass ich merke dass ich mein gesamtes leben extrem kompliziert geführt habe ich kann ja einfach die bilder hier einfügen so jetzt ploppen die aber alle dann auf das wollen wir nicht achtung ja wir machen die mal ganz kurz weg wir sprechen gleich über die ganzen bilder das brauchen wir hier das logo will ich aber kurz oben in der ecke behalten das hier ist es das offizielle jurassic world rebirth logo ja zum thema farbenfroh ich finde es sieht tatsächlich so aus wie es eigentlich aussehen muss nach allem was wir bisher erfahren haben jurassic world rebirth wurde angekündigt als neues insel abenteuer wir haben bereits erste aufnahmen bekommen von irgendwelchen ruinen im hintergrund die sich an die maya ruinen erinnern und das logo das passt perfekt dazu dieses logo passt zu dem setting das uns versprochen wurde ebenfalls passen dazu die folgenden bilder das hier ist eins davon dieses bild werden wir im ersten offiziellen trailer zu gesicht bekommen was sehen wir hier jonathan bailey und scarlett johansson verstecken sich irgendwo im busch und scheinen was zu beobachten was sie hier beobachten das erfahren wir vielleicht aus dem aus der rahmenhandlung die ich gleich vorlesen werde ich lasse die bilder auch während ich das ganze vorlese einfach mal offen und ja mir gefällt mir gefällt mir gefällt vor allem der look von jonathan bailey der sieht richtig aus wie so ein paleontologe kleiner spoiler er soll aber keinen spielen aber es passt zumindest dieses dschungelfeeling rein scarlett johansson sieht aus wie immer wie scarlett johansson einfach das passt also auch verdammt gut was meint ihr was meint ihr machen die beiden einen guten ersten eindruck für kommende jurassic world projekte ob die beiden überleben wissen wir nicht aber wären das zwei sympathisch aussehende figuren die wir uns so vorstellen könnten sorry twitter ich habe euch gerade vergessen auf euch gehe ich auch mal ein hoffe auf einen natürlichen look denke ich auch ja der lag müsste gleich wieder vorbei sein das logo ist mit dem t-rex oder genau mehr weil das war ja so dass sie den spino oder den indorex mal ins logo genommen hatten ja aber das waren ja alles nur so fan dinge das waren ja alles nur so fan ja fan bilder eben klappt das jetzt mit dem internet jetzt müsste wieder alles alles stabil sein klappt alles ja 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 das bild mit dem beiden sieht mega aus ich finde schon ja es passt wurde was werde den film nur gucken wegen dem spinosaurus wenn er überhaupt vorkommt wenn er überhaupt vorkommt aber wartet mal ab bis ich gleich die storyline vorlese bis ich die rahmenhandlung vorlese dann könnt ihr mir nicht mehr sagen dass der spinosaurus nicht vorkommt wir gehen da sofort rein lasst das bild erstmal auf euch wirken ich habe nämlich auch noch ein zweites bild für euch das gucken wir uns auch sofort an ich will nur mal eure meinung hier ein bisschen einfangen cool blau als logo farbe gefällt mir ja die hintergrundfarbe ist blau gewesen da haben wir es noch ist halt aber ein dezentes blau das gefällt mir auch das ist nicht so ich weiß nicht es gefällt mir einfach ja kommt wieder ganz viel neuer merchandise rein und diesmal brauche ich auf jeden fall eine schöne jurassic world rebirth tasse spooky verschießt hier time outs auf twitch okay oh youtube hängt ein bisschen hinterher stimmt ich habe die ding gar nicht mehr eingestellt ich habe die versetzzeit nicht mehr reguliert das muss ich noch machen das logo von dominion finde ich besser mit der noch mit der heuschrecke dass das logo von dominion ist echt nicht scheiße aus dominion hat ein gutes logo gehabt nur hat keinen guten film schaut gut aus cooles design ja kommen wir also mal zum nächsten bild bild nummer drei ist das hier das hier bild nummer drei das sind also alles bilder die wir angeblich im allerersten richtigen trailer zu gesicht bekommen sollen und ja der scheint ja tatsächlich im november zu kommen also november 2024 das sind jetzt gerade so sachen die im netz erzählt werden da soll der echte der erste offizielle trailer zum film erscheinen würde auch irgendwie passen von der zeit her ja was können wir jetzt hierauf sehen wir sehen jetzt hier mashallah ali ich kann diesen namen nicht aussprechen ihr wisst aber wen ich meine der eine natürlich eine fackel in der hand hält jurassic park referenzen sie werden es hier auch nicht lassen können vielleicht geht es hier auch um etwas ganz anderes aber er schreit auch lasst mich raten er steht vor einem t-rex mit einer roten leuchtfackel ja gut wenn es denn überhaupt so ist vielleicht doch einfach vor einem spinosaurus oder ähnlichem das kann man jetzt hier noch nicht sagen oh blade jagdvampir dinos ja blade wird er ja anscheinend nicht mehr also war das nicht so ein ding dass das blade dass ich das so lange in die in die länge gezogen hatte dass er jetzt eben in dem film mitspielt und halt nicht mehr im kommenden blade weil der film irgendwie nie zustande gekommen ist war das nicht so ich meine irgendwie sowas mal gelesen zu haben das dominion logo ist mega finde ich auch auf jeden fall hundertprozentig ja sieht auf jeden fall schön düster aus zumindest das bild ja das untere bild sieht düster aus das obere bild kann man halt noch ganz schwer einordnen aber es sieht auf jeden fall gut aus das gefällt mir von von der optik her wir haben jetzt noch kein bild bekommen mit maschinengewehren wir haben kein bild bekommen wo einer so macht das ist noch nicht da das ist schon gut das ist wirklich schon geil plus wir haben noch den den offiziellen score von john williams im hintergrund gehört da gehen ja auch ein paar leute davon aus das ist so ein augenzwinkern dass john williams wieder die musik hier macht spielberg und gareth edwards hängen wohl auch sehr eng miteinander zusammen im kontakt was den film angeht und zwar enger als bei jurassic world das kann schon richtig geil werden das kann richtig geil werden ne blade kommt noch ja aber dann später oder halt nicht mit ihm weil er ist ja jetzt hier mit dabei oder komplett einfach jetzt erst sehr viel später raus weil irgendwas war auf jeden fall da dass ich habe halt nur gelesen dass er wohl aus dem vertrag raus wollte oder irgendwie raus ist weil mit blade das geht nicht wirklich voran sieht aus als wird er gleich gefressen von irgendeinem saurier ich meine dass er also ich könnte mir nicht vorstellen dass er so eine nebenfigur ist direkt gefressen wird ich glaube eher dass er so eine größere rolle spielen könnte ich bin ja auch bescheuert wir haben ja eine rollen beschreibung sogar bekommen kein scheiß von universal offiziell das ist die offizielle beschreibung zum film ich habe sich hier einmal für euch im original werde ich sofort mal einblenden dann könnt ihr da einfach mitlesen und dann sprechen wir da ganz kurz mal drüber ich kann es auch einfach so vorlesen im endeffekt oder ich kann so einfach so vorlesen ihr findet den original text den ich euch jetzt vorlese zur rahmenhandlung und zum cast findet ihr wenn ihr auf youtube die offizielle jurassic world seite auswählt den offiziellen jurassic world channel und da geht ihr einfach runter in die beschreibung und da habt ihr dann eben einen ganz langen text geschrieben der damit beginnt next summer three years after jurassic world trilogy blablabla und da haben wir dann ganz unten auch eine skript beschreibung die beginnt damit five years after the events of jurassic world dominion und damit steigen wir jetzt mal ein und ich lese euch einfach mal hier vor was da wirklich im film auf uns zukommt das ist mir ich kann ihn aber nicht aussprechen aber sollte er nicht blade spielen ich meine aus der blade spielen sollte eigentlich ich habe keine ahnung von blade ich weiß es wirklich nicht gut sippen wir also jetzt drüber in die handlung von jurassic world rebirth das tut einfach gut den namen jetzt wirklich einfach aussprechen zu können ohne immer alle drei namen sagen zu müssen jurassic world rebirth oder jurassic 7 oder jurassic world 4 nein so der trailer kommt angeblich im november ja jonathan bailey hat da auch mal drauf hingewiesen und der hat ja auch prophezeit dass der erste teaser kommt und da hören wir den score von john williams und das ist ja auch wirklich dann passiert deswegen ich glaube dem anderen da schon gucken wir einfach mal wie ich das am schlauesten jetzt hier vorlesen kann ohne dass mir das mikrofon als in der in der fratze rumeiert so die handlung von jurassic world rebirth fünf jahre nach den ereignissen von jurassic world dominion hat sich die ökologie des planeten als weitgehend was unwirtlich für dinosaurier erwiesen die verbliebenen lesen in isolierten äquatorien äquatorien umgebungen mit klimata die jenem ähneln in denen sie einst gediehen also wo die einfach gelebt haben ich weiß nicht was von vornehmer popel das jetzt hier geschrieben hat sie gediehen okay die drei kolossalsten kreaturen dieser tropischen biosphäre besitzen den schlüssel zu einem medikament dass der menschheit wundersame lebensrettende vorteile bringen wird wir gehen gleich noch weiter darauf ein das ist nur ein teil der geschichte können wir uns mal ganz kurz daran festbeißen dass hier wirklich drin steht erst mal der beschissenste liegt den wir bekommen haben der stimmt die suchen tatsächlich auf einer insel nach dinosauriern um scheinbar ein medikament zu bekommen gegen irgendeinen virus das was heißt der beschissenste liegt ich fand den liegt am unwahrscheinlichsten aber irgendwie am geilsten weil das wirklich was anderes ist so jetzt haben wir aber hier die drei kolossalsten kreaturen dieser tropischen biosphäre besitzen den schlüssel zu einem medikament dass der menschheit bla 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 was meint ihr sind die drei kolossalsten kreaturen auf dieser neuen insel im hinterkopf behaltend dass der spinosaurus von vornherein irgendwo geleakt wurde oder behauptet wurde dass er mit dabei wäre was könnten die drei kolossalsten kreaturen sein der t-rex nummer eins machen wir uns nichts vor der t-rex wird definitiv eines dieser schlüssel figuren sein hundertprozentig meint ihr nummer zwei könnte der spinosaurus sein wäre das eine option und wenn ja was meint ihr dann wäre nummer drei ich habe hier gerade schon bei twitch eine geile antwort bekommen t-rex spinos und mosasaurus dann wäre das wirklich exakt dass dann wäre das der allererste liegt den wir bekommen haben wisst ihr das noch wo es damals auch hieß dass der moser jetzt hier eine große rolle spielen soll das ganze wird wesentlich mehr sich um wasser abenteuer handeln jetzt noch die nummer mit dem virus hier dann wäre das wirklich es ist dann die handlung im endeffekt die drei kolossalsten tiere auf der insel heißt es übrigens auch also auf dieser biosphäre nicht jemals gelebt haben den plesiosaurus der könnte mit dabei sein ich glaube es auch aber der ist nicht der kolossalste wenn du wirklich an gewaltige tiere denkst könnte man den giga eventuell noch reinwerfen da hätten wir wieder drei ne ich würde sagen der t-rex ist ein an land leben der fleischfresser der spinosaurus ist so ein zwischending zwischen wasser und an land lebend und der mosasaurus ist im wasser lebend da hätten wir alle gebiete abgedeckt das wäre dann schon fast wie so endbosse wenn man es nicht zu blöd macht dann also es hört sich schon echt ziemlich geil an sie verraten allerdings jetzt auch noch ein bisschen mehr über den film moment jetzt habe ich es hin die einfach weggelegt wir sind noch überhaupt nicht fertig es geht noch weiter auch diese übersetzung okay die für den oscar nominierte schauspielerin scarlett johansson spielt die erfahrene expertin und verdeckte für verdeckte operationen zora oder sora bennett moment kurze pause wir haben gerade einen kurzen leck der hält sich aber gleich wieder es geht sofort weiter eine sekunde jetzt geht's wieder das ist bei uns immer abends so immer um dieselbe uhr zeit drosselt das internet runter naja weiter geht's also die für den oscar nominierten nominierte schauspielerin scarlett johansson spielt die erfahrene expertin für verdeckte operationen zora bennett die die beauftragt wird ein erfahrenes team auf eine streng geheim auf eine streng geheime mission zu führen um genetisches material der drei größten dinosaurier der welt zu sichern da haben wir es doch wieder als soras operationen mit einer zivilfamilie zusammenstößt deren bootsexpedition von plünderern wasser dinos und wasser dinos zum kentern gebracht wird stranden sie alle auf einer insel wo sie einer unheimlichen schockierenden entdeckung gegenüberstehen die jahrzehntelang vor der welt verborgen war leckt mich am arsch okay jetzt haben wir es hier wirklich das ist der offizielle plot von universal das ist alles alles stimmt wir haben jetzt die familie die mit die mit den kindern die illegale bootstour machen wir haben jetzt sogar die rettungsmission die kurz angedeutet war wir retten halt jetzt nichts aber dass da irgendwie eine ein irgendwas gefunden wird was dann wieder zurückgebracht werden muss sie verraten jetzt hier zwar nicht was für eine entdeckung gemacht wird das verraten sie jetzt hier nicht aber krass eure meinung dazu ganz kurz eure meinung mal bitte dazu jetzt wo die gesamten leaks wirklich stimmen ist der spinosaurus dabei oder nicht spooky wenn du noch da bist kannst du meine abstimmung machen auf twitch ich mache sie kurz hier mal bei youtube ich lese gleich noch mal den gesamten rahmen vor in einem stück die gesamte handlung und dann sagt ihr mir ist der spinosaurus mit dabei sämtliche leaks sind einfach richtig das ist so krass umfrage starten ist der spinosaurus in jurassic world und dabei fragezeichen ja du so bin ich jetzt mal gespannt diesmal werde ich meinen meinen senf dazu gar nicht ablassen ich habe ja im letzten video gesagt da ich das nicht mehr machen möchte deswegen dürft ihr jetzt einfach abstimmen ich gucke gerade mal hier in twitch rein ja spooky ist schon dabei abstimmungen zu machen coole sache 100 prozent spinu ist auf jeden fall dabei der spinu ist dabei story ist klasse klingt fast wie die story für dein von deinem gewinnspiel ja dazu muss man aber auch sagen dass die gewinnspiele sollten sich ja auch ein bisschen auf die ganzen leaks beziehen das macht schon sinn und ich finde es krass dass diese geschichte jetzt wirklich so passiert was meint ihr ich lese die handlung gerade noch mal kurz vor und danach habe ich eine frage an euch da könnt ihr gleich mal richtig kreativ sein eure gedanken dazu in den chat rein reinhämmern also zuhören handlung von zuhören die handlung von jurassic world rebirth oder wie er wahrscheinlich im deutschen heißen wird jurassic world die wiedergeburt fünf jahre nach den ereignissen von jurassic world dominion hat sich die ökonomie des planeten als weitgehend unwirtlich für dinosaurier erwiesen dieser erste satz ja die erste absatz die verblieben die verbliebenen leben nein die verbliebenen leben in isolierten kara oh gott äquatorialen umgebungen mit klimata die jenen ähneln in denen sie einst gediehen die drei kolossalsten kreaturen dieser tropischen biosphäre besitzen den schlüssel zu einem medikament das der menschheit wundersame lebensrettende vorteile bringen wird die für den oscar nominierte schauspielerin scarlett johansson spielt die erfahrene für verdeckte operationen expertin für verdeckte operationen sora bennett die beauftragt wird ein erfahrenes team auf einer streng geheimen mission zu führen um genetisches material der drei größten dinosaurier der welt zu sichern als soras operation mit einer zivilfamilie zusammen stößt deren bootsexpedition vom plünderern wasser die und wasser dinos zum kentern gebracht wurde ähm stranden sie alle auf einer insel wo sie einer unheimlichen schockierenden entdeckung gegenüberstehen die jahrzehntelang vor der welt verborgen geblieben ist was meint ihr was ist diese geheime entdeckung schreibt es mal in den chat ich habe eine vermutung und ich glaube dass uns der text sogar erklärt was diese was diese diese erschreckende ähm entdeckung ist king kong fragezeichen äh crossover ich wäre auf jeden fall mit dabei peter jacksons king kong damit reinzufügen anlage d ja die ja nein nein bitte soll owen vorkommen auf gar keinen fall ähm tempel ist gleich injun labor ist gleich dinos die sich unserer welt sehr gut anpassen angepasst haben ne 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 da geht es jetzt ja genau darum dass sie das nicht machen es geht darum dass dinosaurier anscheinend jetzt nicht mehr einfach gefahrlos auf der gesamten welt leben können weil sie einfach mit dem biologischen system unserer welt nicht klarkommen das heißt die werden wieder dezimiert was könnte aber jetzt der grund sein dass unsere helden scarlett johansson und jonathan bailey auf eine insel fahren müssen wo dinosaurier isoliert leben um ein medikament zu extrahieren es ist glaube ich gar nicht so schwer ich behaupte ich weiß worum es geht ich behaupte ich weiß was die entdeckung ist ein ganz neuer dino wäre jetzt nicht so wirklich ne 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 da geht es um was ganz anderes vergess mal das dino ding nimm das mal aus deinem kopf raus warum müssen die in einer welt wo dinosaurier nicht mehr überall leben und isoliert auf einer insel sind warum müssen genau die jetzt auf eine insel um dort ein medikament zu besorgen oder noch ein kleiner tipp warum sind die dinosaurier nach und nach ausgestorben warum sterben die jetzt wieder in unserem ökologischen system klone ne ich kann mir da gar nichts vorstellen was die entdeckung sein soll pass auf also habe ich hier noch was bei bei twitch hat aber auch zombies sagt spooky aha da haben wir es doch spooky hat es eine dino krankheit die auf menschen überspringt hundertprozentig weil das haben wir auch schon mal als leak bekommen die dino krankheit wurde schon mal als leak gedroppt und es wird ja auch in diesem klappentext gesagt moment ähm bootsexpedition bla 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 hier die drei kolossalsten kreaturen dieser tropischen biosphäre besitzen den schlüssel zu einem medikament das der menschheit wundersame lebensrettende vorteile bringen wird wundersame lebensrettende vorteile ihr könnt einen drauf lassen also in dem film wird es um folgendes gehen meine idee gucken ob es dann später auch stimmt fünf jahre nach den ereignissen von jurassic world dominion bekommt die welt langsam mit okay scheiße die saurier verbreiten krankheiten deswegen sterben sie nach und nach aus sie schaffen es nicht mehr in unserem biologischen system zu überleben irgendwas daran klappt eben nicht die fangen sich einfach krankheiten ein diese krankheiten werden auf den menschen übertragen immer mehr menschen infizieren sich mit dieser krankheit und fangen ebenfalls an nach und nach zu sterben ich rede jetzt hier nicht von einem apokalyptischen szenario lass es einfach mal so vier fünf leute sein die an irgendeiner krankheit sterben und dann finden forscher heraus okay mist diese krankheit kommt von den sauriern jetzt sind aber alle dinosaurier großteils isoliert und die befinden sich ja nicht mehr einfach so auf dem festland das retconnen wir jetzt hier aber sinnvoll in die geschichte eingebunden der grund warum unsere helden also jetzt auf diese insel müssen ist der dass da dinosaurier leben warum sie jetzt genau die drei größten saurier brauchen das kann ich jetzt auch nicht genau sagen ob das noch irgendwie einen story hintergrund hat oder ob man einfach sagt nö wir wollen einfach halt die die größten saurier im film zeigen das wird schon irgendeinen hintergrund haben ich weiß nur gerade nicht welchen moment wir sind gleich wieder da kurzer leck am abend darauf trinke ich einen kaffee so es hat sich wieder ausgeleckt okay ja es ist kein richtiges retcon es ist ein retcon es wäre dann schon was sinnvolles man sekunde sind gleich wieder da das internet schmiert gerade leicht ab jetzt haben wir es wieder das ist kein richtiger retcon sondern die wollen einfach nur die dinosaurier wieder auf eine insel bringen und ich finde die idee die sie dabei haben ganz geil diese grundidee die sie jetzt eben aufbauen wo sie einfach sagen ja also der grund warum dinosaurier jetzt wieder auf einer insel sind ist einfach dass wir die isolieren müssen aufgrund von einer krankheit diese krankheit ist möglicherweise aber einfach auch schon auf den menschen übergesprungen und verbreitet sich eben dauernd weiter wie ein virus halt einfach wie eine pandemie halt einfach losgeht das heißt nur weil die saurier weg sind ist der virus auch nicht automatisch weg jetzt brauchen sie halt irgendwie ein gegenmittel und müssen aus irgendeinem grund die drei größten saurier extrahieren und da irgendwie dns von beschaffen da kann ich mir noch keinen Reim drauf machen warum genau das aber es hört sich zumindest geil an und vor allem ist das jetzt wirklich eine ultra dystopische geschichte wenn das eine trilogie wird könnte das richtig richtig fies werden und es hat jetzt tatsächlich und wir haben noch drüber gelacht gehabt bei den ersten Leaks Planet of the Apes Vibes Planet der Affen Vibes bekommen ein bisschen ja mal gucken was jetzt hier abgeht bei den Abstimmungen so was haben wir denn jetzt hier bei Twitch da haben wir keine wo sind denn die Abstimmungen jetzt hier auf Twitch hin Spooky du hast Discord oben angeheftet die sehe ich jetzt hier nicht mehr Twitch Abstimmungen sehe ich nicht mehr auf YouTube haben wir jetzt die Frage Ophiliac ey 10 Euro bist du verrückt vielen vielen Dank für den Kaffee du bezahlst mir wirklich den Kaffee den monatlichen Kaffeesack Kaffeebohnensack der geht immer auf Ophiliac dafür gibt es ein Herz so ist der Spinosaurus in Jurassic World Rebirth wieder mit dabei 75 Personen haben abgestimmt davon sagen 93% ja 7% sagen nee du das heißt wenn der jetzt nicht auftaucht im Film seid ihr diesmal dran schuld das werde ich auch einfach in Zukunft machen wenn ich noch weitere Spinosaurus Theorie Videos mache sage ich immer der Chat der Chat geht davon aus dass das so und so war und bla bla Blue Alcisa Twitch war 100% ja okay danke Spooky ähm naja aber bei einer Trilogie was genau soll daran Jurassic Park sein es ist nicht mehr Jurassic Park das ist ja das Ding Jurassic Park 3 war schon nicht mehr Jurassic Park Jurassic Park 2 war nicht mehr Jurassic Park also der erste Film hieß ja Jurassic Park der zweite Film hieß eigentlich The Lost World mit dem Untertitel Jurassic Park damit jeder weiß okay das gehört mit dazu Jurassic Park 3 heißt einfach Jurassic Park 3 weil da war eh alles egal ähm Jurassic World hat es dann ebenfalls sehr schlau gemacht in Jurassic World geht es ja um den Aufbau einer Jurassic World bis hin zu Dominion und der Park heißt ebenfalls noch Jurassic World das war eigentlich sehr clever den Film so zu nennen und jetzt bleiben wir bei Jurassic World weil wir sind jetzt ja in der Jurassic World vergisst das Park der Park ist längst Geschichte der gibt es nicht mehr hat sich ausgeparkt jetzt kommt das was Ian Malcolm prophezeit hat das kommt jetzt einfach es kommt jetzt dieser ganze Satz ähm wenn wir nicht aufpassen sind sie auch noch nach uns hier auf Dinosaurier gemünzt das könnte jetzt nach und nach wirklich kommen ich frage mich ob das was mit Jurassic Park 1 begonnen hat ob das vielleicht mit einem ultra fiesen Nachgeschmack endet ob das vielleicht wirklich so ein Timeloop dann wird dass der letzte Film uns in eine Ära führt wo die Menschheit ausstirbt und wir sehen nur noch ein Skelett irgendwo liegen von Owen und dann ist der Film vorbei ob sie so weit gehen weiß ich nicht dann müssen wir erstmal abwarten was sich jetzt hier im neuen Jurassic World Film alles trauen und wenn der wirklich ähnlich wird wie Jurassic Park 1 und vielleicht sogar noch ein bisschen konsequenter damit umgeht könnte das wirklich in so eine Richtung gehen wie wäre euer Gedanke dazu wie wäre euer Gedanke wenn wir jetzt in die Zukunft reisen und wir würden jetzt wirklich einen Film bekommen oder eine Trilogie bekommen die auf ein apokalyptisches Szenario in einem Jurassic Franchise hinführt schreibt es mal in den Chat ich habe jetzt hier auch Twitch im Chat im Blick ich muss einfach mal beide Chats ich bin so doof ich kann beide Chats nebeneinander machen ach komm ey ultra wenig mitgedacht erneut ja das macht es gerade nicht besser irgendwie aber Moment das geht nur nicht wenn ich am Rechner was zocke aber ich zocke ja gerade nichts deswegen kann man hier den Chat einmal aufmachen und hier den Chat einmal aufmachen schöne Sache so außerdem darf die Marke ja nicht getötet werden um weiteres Geld zu produzieren ja das wird auch mit Reihen spielen definitiv das wird wahrscheinlich sogar der erste Grundgedanke gewesen sein Jurassic World ist von der Reihenmarke her lukrativer als Jurassic Park gewesen das ist einfach so von den Reihen Einnahmen her aber trotzdem finde ich die Idee immer noch sinnvoll das ist jetzt nichts was mich stört dass der Film immer noch Jurassic World heißt ich kann es nachvollziehen ich verstehe warum das so ist und ich finde auch wirklich es macht einfach Sinn dass der immer noch ein World Film ist weil wir sind jetzt ja in der Jurassic World verstehst verstehst ich war letztes Wochenende einfach in Richtung Karlsruhe gewesen da reden die ja alle so desmesht verstehst verstehst war Schwein ein Film wo es zu viele Dinos sind und Menschen kämpfen mit dem Überleben nee das glaube ich nicht dann kommen wir ja wieder zu dem zurück was Jurassic World Dominion so als Kritik abbekommen hat The Walking Dead mit Dinos statt Zombies meine ich nicht mal mehr irgendwie ey einfach keine Ahnung The Walking Dead ja doch vielleicht dass dieser dass dieser Virus immer schlimmer wird und wir leben dann wirklich in einer apokalyptischen Welt doch doch ja doch tatsächlich sorry einfach eben gerade umsonst widersprochen ihr habt vollkommen recht ein Szenario wie The Walking Dead nur mit Dinosauriern ja ich habe hier gerade ein Dings gelesen ist das Sti Sti ich weiß nicht was du damit was du damit aussagen willst ich mag einfach das Szenario vom Planet der Affen nicht echt nicht ich finde das eigentlich gar nicht so verkehrt das wird hier auch nicht genauso werden wir haben jetzt hier keine ultraschlauen Dinosaurier wir haben einfach hier ey das macht es macht schon ich finde das logisch so ich fände auch ey bei all meinen meinem Rant gegen Jurassic World gegen die Trilogie können wir auch bald nicht mehr sagen was für ein Scheiß ähm ja aber auch das war eine logische Weiterentwicklung der Geschichte gewesen finde ich dieses ganze Heustrecken Ding da kann man drüber lachen aber es macht total Sinn dass die Menschheit so weit gegangen ist Stiggy Moloch da würde ich aus dem Kino rennen und erstmal kotzen Stiggy Moloch dann nehme ich extra eine Tomate mit eine Faule damit ich die gegen den Bildschirm schmeißen kann ja übrigens Mirko von Prehistoric Zone und ich wir werden auch definitiv zur Premiere vom Film gehen das haben wir uns fest vorgenommen nach Berlin sehr wahrscheinlich das wird auf jeden Fall passieren ähm mit Sicherheit nicht das mit dem Toten Owen das war auch nur ein Scherz ich hab einen kleinen Scherz gemacht das war ein Witz äh wenn dieses Virus Dinos killt sehe ich aber schwarz für die Menschheit wenn die dieses Virus nicht in Kontrolle bringen darum geht's ja anscheinend ey das mit dem Virus ist einfach nicht so ein Gusto von mir weil bisher hat jeder alle Leaks haben bis jetzt gestimmt wenn das mit dem Virus jetzt nicht stimmen sollte ist es halt so aber ich kann mir vorstellen die suchen extra ein Medikament für Gesundheit der Menschheit steht im Text das wird schon irgendwie darauf hinauslaufen außerdem auch da Jurassic World geht sehr häufig auf die Bücher ein oder auf irgendwelche Side Stories ich hab da schon mal in einem Video erklärt warum Henry Wu sich zum Beispiel auch dazu entschieden hat Feldtests auf der Isla Sorna zu machen die Isla Sorna war ja nicht wie die Isla Nubla aufgebaut auf der Isla auf der Isla Nubla hatten wir ein freies Areal für die Menschen und Saurier waren eingesperrt auf der Isla Sorna war es andersherum da haben die die Labors in Zäune reingebaut und Saurier konnten im Freien draußen herumlaufen zum Teil nicht alle weil eben mit denen Feldtests gemacht wurden warum wurden mit denen Feldtests gemacht weil die sich anstecken konnten in der Gefangenschaft die haben Krankheiten entwickelt das jetzt einfach hier umzusetzen wäre wieder in der Lore verankert ob es im Buch erzählt wird weiß ich jetzt gar nicht ich glaube nicht aber in der Timeline kannst du danach gucken bei Anlage B da gibt es dann diese ganzen Geschehnisse Harry, King, Clarissa bla 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 und dann eben auch dass Dinosaurier ja auch zum Großteil eben schon frei waren die mussten nicht alle erst ausbrechen durch den Wirbelsturm die wurden schon vorher einfach befreit ja vielleicht bekommen wir dann endlich einen Dino-Mensch-Hybriden nein oh ey von einem Dino-Mensch-Hybriden war übrigens auch mal die Rede in so einem Leak gewesen aber das glaube ich nicht die geben sich jetzt gerade so viel Mühe dabei die Kritiken der Fans der Zuschauer irgendwie zu berücksichtigen da werden die jetzt nicht einfach mit mit Hybriden wieder ankommen die meisten mögen es halt irgendwie nicht und wenn Hybride eingebaut werden sollen dann finde ich doch lieber in Jurassic World Chaos Theory das wird ultra geil ich habe gerade tierisch Bock da drauf ja sonst haben wir aktuell aber nichts Neues zumindest noch nichts Neues ich habe eben gerade ein Video für euch fertig gemacht das lade ich morgen einfach hoch na heute noch egal lade ich heute noch hoch wo ich über das Thema auch nochmal ein bisschen ausführlicher spreche wo der Teaser gerade frisch erschienen ist während ich dann das Video aufgenommen habe wurden dann die beiden Bilder hier gedroppt Moment das will ich jetzt hinkriegen so die beiden Bilder wurden hier gedroppt und dann wollte ich darüber ein Video machen da hat mir einer von euch geschrieben ey guck mal in den Club Text von Universal oder eben von Jurassic World selbst da ist der offizielle Plot aufgelistet und da habe ich mir gedacht jetzt scheiß drauf komm dann machst du jetzt einen Livestream das ist gerade zu viel für mich jetzt geht es wieder los jetzt kommen wieder die ganzen Videos wer noch nicht auf dem Kanal war während der Godzilla Kong The New Empire Era ja Pech das kommt aber auf jeden Fall jetzt wieder wir werden jetzt diesen dieses Thema Jurassic World Rebirth werden wir jetzt komplett Godzilla Kong The New Empire komplett durch Empire werden wir das ja links unten könnte eine T-Rex Szene sein das habe ich auch gedacht aber dann das hier wäre halt dann wieder so eine Anleihe an den T-Rex das könnte übrigens aber auch habe ich mir gerade überlegt das könnte diese das eine Set was wir relativ früh schon gesehen haben das Bild wo die Injun Tankstelle drauf steht wo es auch damals hieß dass hier ein Spinosaurus angreift das sieht so aus weil das soll auch in der Nacht spielen das könnte das sein das würde auch passen mit dem Ding da im Hintergrund was auch immer das ist aber das passt das wäre so ein Dock irgendwie auf dem Wasser ja es wäre cool wenn es einen neuen Park geben würde brauchst du jetzt echt noch einen neuen Park ich finde das nett was sie hier machen ich finde die Idee einfach cool wie sie jetzt sagen wir brauchen einen Grund um auf die Insel zu gehen das ist was total ausgefallen ist wenn ihr euch überlegt bei Jurassic Park 3 war das ja einfach Alan Grant sagt nee ich bin fast gestorben das letzte Mal wo ich auf Dinosaurier getroffen bin auf gar keinen Fall fliege ich nochmal auf die Isla Soana jetzt auch noch und dann kommt Paul Kirby an und sagt einfach hier hast du einen Fuffi und der sagt okay komm scheiß drauf Digga und fliegt dann quasi mit jetzt haben wir hier wirklich eine also die Geschichte gefällt mir richtig gut wie es umgesetzt wird sehen wir dann erst aber von der reinen Story her das gefällt mir da hat sich jemand wirklich Gedanken gemacht da war ein David Köpp am Berg woher sollen die die Informationen haben über das Gegenmittel keine Ahnung also wenn sie erforschen können dass diese Pandemie dieser Virus von Dinosauriern ausgeht macht es Sinn dass sie ein Dinosaurier brauchen um diese Krankheit weiter zu erforschen weil das irgendwie die Ur ich bin kein Virologe keine Ahnung aber vielleicht weil das irgendwie so die Ur Krankheit ist wenn die auf Menschen übertragbar ist dann ist die schon mutiert und da kannst sie nicht mehr gescheit erforschen irgendwie sowas und vielleicht stammt diese Krankheit ja von den drei größten Dinosauriern und deswegen müssen sie halt genau die drei größten Dinosaurier suchen würde mich interessieren shut up and take my money das war wirklich so und es sieht auch noch genauso aus wie Ned Flanders Paul Kirby ein Hybrid wäre wieder cool ja wie ist die Meinung vom Rest im Chat Hybride ja nein oder ist mir egal was meinst du hat es mit der Insel auf sich die haben ja anscheinend seit Jahrzehnten wir haben noch Bilder ich bin so blöd Entschuldigung Leute wir haben schon 20 und 19 ich habe ja noch Bilder wir sind noch gar nicht fertig ich bin so bescheuert wir haben noch ein Bild Achtung ich hätte es fast vergessen hätte ich gerade nicht gelesen was denkst du jetzt mit der Insel auf sich das hier ist ein Bild Punkt Spaß das hier ist ein Bild von einer Ruine diese Ruine ist allerdings keine echte Ruine das ist eine Set Ruine die wurde extra für den Film gebaut ich mache sie jetzt mal ganz kurz ganz groß dass ihr die sehen könnt diese Ruinen da sieht man sogar einen Typen seht ihr das oder eine Frau hier vorne da hängt auf jeden Fall jemand rum ist also eine riesige Ruine ich muss nochmal ein bisschen größer machen könnt ihr das sehen das heißt da kann man auf jeden Fall auch reingehen ich weiß ich weiß jetzt nicht wie meine wie meine Virus Theorie da dazu passt vielleicht finden sie auch irgendetwas heraus was mit diesen mit diesen Ruinen zu tun hat da gibt es ganz viele Bilder dazu da mache ich morgen ein Video für euch noch fertig wo ich dann mal auf die verschiedenen Ruinen auch noch eingehe das Ding ist riesig ja ey das Set ist riesig ich zeige das morgen mal ich kann jetzt hier nicht so viele Bilder einblenden obwohl ich kann auch einfach die hier oben wieder ausblenden die haben wir jetzt ja auch schon alle gesehen du bleibst da ich meine die Ruinen die haben wir ja schon mal alle im Groben gesehen habe ich nur die eine jetzt rübergezogen Moment da haben wir einen ganz guten Blick ja ich zeige euch das Bild hier gerade nochmal und den Rest seht ihr einfach dann morgen im Video aber das hier zeigt nochmal so ein bisschen die Größe von der ganzen Nummer habe ich vom lieben Swerve geklaut ähm ja ist also auf jeden Fall auch ein richtiges großes Set wo irgendwas passiert wir haben hier unten sogar so Matten und diese Matten haben wir auch schon mal gesehen ähm es gab mal ich hasse dieses Wort Leak inzwischen ich muss mir irgendwas anderes dazu überlegen aber es gab mal diesen einen Leak wo es hieß dass ein T-Rex und ein Spinosaurus in der Nähe von so von so ähm na wie heißt das Ding es ist schon viel zu spät ähm Ruinen genau dass die in der Nähe von so Ruinen kämpfen würde jetzt hier also auch wieder reinpassen ach Gott ey oder ein Giga der besser ist als der in Dominion ja hätten wir aber wieder also wenn sie jetzt wirklich wieder ein T-Rex ein Spino und ein Giga bringen dann wäre das so ein bisschen Fanservice der Film oder? ich meine der Mosa im Endeffekt auch ja aber der hat halt auch nie Screentime ich bin dafür wie gesagt ein T-Rex auf jeden Fall wird wieder auftauchen wir haben das Logo da oben mit dem T-Rex wir sind ja nicht mit dabei wäre es ein bisschen sinnlos Spinosaurus macht auch Sinn wenn er wirklich ein neues Design haben sollte wäre also auch was Neues und dann nochmal eine schöne Action mit einem Mosasaurus und ich könnte mir sogar wetten ich könnte wetten dass der Virus vielleicht sogar nur ein Teil der Story ist aber das was sie hier wirklich vorfinden auf dieser Insel ist da drin ein geheimes Labor so ein bisschen Resident Evil like mäßig ich glaube den Virus finden die nicht erst auf der Insel das will ich damit sagen der Virus wird schon auf der Welt herumkursieren und dann gehen die auf die Insel wollen ein Gegenmittel finden und dann finden die aber sowas hier diese das kann richtig geil werden die bauen die Story hoffentlich richtig schön aus auch mal mit ein paar gewagten Sachen habe ich Bock drauf du warst um sechs Uhr wach man merkt der frühe Vogel ist halt abends müde ich war um vier Uhr heute wach ich stehe jeden Morgen um vier Uhr auf tatsächlich weil meine Frau da arbeiten geht und dann bin ich einfach auch wach ja also gehe ich auch jetzt gleich direkt ins Nest vielleicht lebt da der Spinosaurus wenn es nah am Wasser lebt kann auch sein dass das vielleicht entdecken sie hier auch das allererste mal das wäre auch neue Theorie die zu deiner passt Achtung die suchen nach den größten Dinosauriern auf der gesamten Insel finden einen T-Rex finden einen Mosasaurus finden dann hier diese Dinger diese Höhlen gehen dann da rein und finden dann auf einmal einen hundertprozentig echten Spinosaurus und finden dann heraus dass die Saurier es geschafft haben sich anzupassen die verändern sich das heißt die passen sich dem Ökosystem an während wir Menschen nach und nach dran krepieren das ist jetzt mein Pitch für diese Story hier aufgrund von einem Virus sterben Dinosaurier aus die Menschen gehen auf eine Insel suchen nach Medikamenten finden dann heraus okay scheiße Saurier können sich jetzt gerade anpassen ja das ist jetzt mein Dings mein Story Pit wenn das wirklich sowas wäre das wäre saumutig und auch saugeil das wäre was erfrischendes neues und was sehr kontroverses 100% sehr kontrovers in den Ruinen ist Mothra nicht schon wieder und heilt alle Hallo Stefan Gareth Gareth Edwards wird den Film rocken bester Regisseur dafür ja aber da trübt dich vielleicht aber auch deine blinde Liebe für das Monsterverse und für Godzilla 2014 der de facto der beste Teil der gesamten Monsterverse Reihe ist aber ich glaube es halt auch ich glaube halt auch Gareth Edwards hat es drauf David Köpp das Drehbuch das hört sich zumindest gut an von dem was wir jetzt von der Rahmenhandlung alles haben gefällt mir richtig geil die Story und da kann schwer was schief gehen Achtung jetzt gibt es so ein Cut nächstes Jahr alle hocken da wieder mit verschränkten Armen Spooky kann wieder sagen ich hab es euch ja gesagt und der Film wird keine Ahnung Heuschrecken Teil 2 ich glaub der wird gut das ist meine Vermutung ist ein Trinner neuer Start für die ganze Nummer und ja in dem Film so machen dass sie einen Menschen beziehungsweise die Sinne eines Dinos einpflanzen nee ich glaub nicht dass da so abgefahrener Kram drin vorkommt gar nicht das mit dem Virus mag auch abgefahren sein aber halt realistisch so diese wir erschaffen einfach neue Dinosaurier also neue Lebe Ne noch nicht mehr wir erschaffen Lebewesen die eigentlich ausgestorben sind ignorieren quasi einfach die Natur und die bekommen dann aber Krankheiten logischerweise weil sie mit unserem Ökosystem nicht klarkommen auch 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 logisch ja Pech Dinosaurier passen sich an der Mensch schafft es halt nicht und das war's Feierabend aus die Maus ähm ich will Allosaurus sehen nee ich glaub den haben wir jetzt ja schon in Chaos Theorie der wird hier nicht großartig vorkommen Baryonyx könnte ich mir noch irgendwie vorstellen aber einfach auch mal ein paar neue Dinosaurier die wir halt vielleicht noch nicht gesehen haben darin ist das Bärensteinzimmer und in jedem siebten Bärenstein ist ein Saurier und du musst dann so dran schütteln das wäre witzig ja das wäre wirklich witzig die klonen einfach John Hammond Film Twist in Jurassic Park 1 seht ihr doch dass John Hammond sich so aus Spaß selber klont und im Hintergrund ploppen dann ganz viele John Hammonds auf Plot Twist das waren keine animierten das waren echte John Hammonds der hat eine Armee von John Hammonds aufgebaut in den Ruinen kommt wer Iwis wer ist das ist das Rebecca Holtz Figur ich vergesse ihren Namen immer ich kenne nur die Schauspielerin meint hier es wird irgendwelche Cameos geben aus der Reihe ja also hier noch nicht weil sie jetzt hier groß getönt haben wir entfernen uns vom Rest also ich könnte mir vorstellen dass Owen und Claire wenn es eine Trilogie werden sollte in den kommenden Filmen vielleicht nochmal vorkommen das wäre komisch wenn nicht weil wenn die gesamte Welt plötzlich davon betroffen ist warum sollen gerade die beiden sich da jetzt irgendwie raushalten das würde keinen Sinn ergeben ich brauche jetzt nicht nochmal Alan Grant und Co weil dann haben wir in einem kommenden Film einfach Scarlett Johansson Jonathan Bailey und Marisha Ali dann haben wir Henry Wu aus Jurassic World noch übrig Bryce Dallas Howard wir haben Chris Pratt wir haben noch die anderen drei aus Jurassic Park dann kommen wir auf ungefähr auf unsere zehn Figuren in einem Bild die so ins Bild reingequetscht werden das will ich nicht lasst die alten Teile einfach mal passiert sein Owen und Claire können ruhig mal kurz auftauchen von mir aus vielleicht ist ja auch Blue unter den toten Sauriern vielleicht ist Blue auch gestorben wer weiß also das könnte noch alles mit reinfließen aber da ist jetzt noch das ist jetzt noch viel zu früh für große Spekulationen was die Ziehmutter aus Lost Kingdom oder ja aber die ist tot die wurde vom Indoraptor vernascht also gefressen Maja Yoshi hat bestimmten Auftritt weiß ich nicht die Spielzuzeiten von Jurassic Park 1 ich glaube dass sie eine Figur bleibt die uns in den Jurassic Park Spielen erhalten bleibt wenn Jurassic Park Survival ein Erfolg wird dann wird Maja Yoshi in weiteren Filmen Spielen auch noch mit dabei sein die wird dann da kein auch die Kids aus Jurassic World Chaos Theory ich glaube ich glaube Jurassic Park oder eben Jurassic World Rebirth das besser machen wird als zum Beispiel Star Wars oder auch jetzt hier letztens The Boys da musst du einfach jetzt trotzdem noch bei The Boys irgendwelche Spin-Offs sehen damit du die letzte Episode gerafft hast das machen die glaube ich hier besser bis jetzt zumindest ich glaube sie bleiben dabei du musst nichts davor gesehen haben um das hier jetzt zu verstehen und das passt auch zur Geschichte du brauchst davor ja nichts wissen so die Geschichte fängt einfach an Dinosaurier sind auf der ganzen Welt irgendwie sterben nach und nach aus da ist ein Virus wir müssen auf eine Insel Medikament holen da brauchst du kein großes Know-how von den Teilen davor vielleicht Welt das wäre eine Frage und die Antwort ist einfach wegen einem Keller oh Gott oh Gott stellt euch mal vor die einzige Frage die ihr euch in dieser Trilogie stellen müsst oder die euch euer Freund eure Freundin euer Vater eure Mutter wer auch immer stellt weil die Filme davor nicht gesehen haben ist geiler Film aber wie kamen jetzt eigentlich die Saurier aufs Festland oder generell auf die ganze Welt groß wie acht Football Felder und er hat dann da unten wurden dann geheim Dinosaurier gelagert er hat davon aber nichts mitbekommen und dann sind die ausgebrochen weil ein Klonmädchen gesagt hat die sind genauso wie ich nicht auf so einen Knopf drauf gedrückt wie wäre da die Reaktion so ein richtig geerdeter Jurassic World Rebirth Film und das ist die einzige Frage die übrig bleiben wird tja Fallen Kingdom das wird so der ja das wird jetzt Jurassic Park 3 ablösen als der ungeliebte Bruder der Jurassic Reihe nicht Jurassic World dominieren das macht irgendwie alles Sinn auch wenn ich es blöd finde wie es umgesetzt wurde aber Jurassic World Fallen Kingdom ist der ist das Anker Wesen der Jurassic World Filme tja das wird witzig Jurassic World Endgame gut ihr Lieben sonst gibt es aktuell nichts mehr zu besprechen bevor ich jetzt aber offline gehe und mich dann der Schlag trifft dass wir jetzt irgendwie schon den Film Released bekommen haben auf Netflix oder sowas schaue ich Jurassic World Gruppe 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 dass wir da jetzt auch nichts vergessen Universal UK hat jetzt erst den Teaser gepostet ja aber das war's das ist gerade der Aufreger des Abends der Jurassic World Teaser mit offizieller Rahmenhandlung und dem Logo ach scheiß drauf und dem Logo und den Bildern von Jonathan Bailey und Scarlett Johansson und natürlich auch noch das Bild von ach komm von ihm hier das sind so die News von heute die werden jetzt auch nochmal in verschiedenen Videos verpackt werden wenn ich dann noch ein paar Neuigkeiten dazu herausfinden werde vielleicht auch ein paar zu den Szenen Beschreibungen ob es da noch irgendwas gibt gucke ich einfach mal und dann geht es dann ab morgen los mit richtig richtig chilligem Jurassic World Rebirth Content ich freue mich auf jeden Fall drauf kann ich nochmal schnell die Frage stellen ob ARC am Samstag kommt würde das ja gerne mitspielen ja ARC will ich am Samstag wieder spielen aber immer noch auf der Playstation 5 das heißt du brauchst eine Playstation 5 ARC auf der Playstation 5 und du musst mich als Freund adden ich habe bisher noch keinen Server mir wurden jetzt schon mal ein paar mal angeboten den Server zu benutzen ich habe das aber jetzt zweimal verrafft mich mit einer Person online zu treffen und das mal irgendwie ein bisschen abzuklären ich weiß nicht ob ich bis Samstag das hinkriege was haben wir denn heute Donnerstag es wird dann ein bisschen eng deswegen wenn du das Spiel für die PS5 hast kannst du da gerne mit einsteigen da wird dann auch der liebe Mirko von Prehistoric Zone in Zukunft mit dazustoßen wenn er aus dem Urlaub wieder da ist und dann ja kann man da ein bisschen zocken und über Jurassic World Rebirth reden wenn man vom Teufel spricht Mirko schickt mir gerade eine Sprachnachricht ne ich kann die jetzt aus Sicherheitsgründen nicht live abhören ich weiß nicht wie er die Sprachnachricht anfängt gut ihr Lieben dann würde ich einfach sagen cool war's ähm freue mich jetzt drauf auf neue News auf neue Teaser und auf den ersten Trailer wenn der erste Trailer rauskommt beziehungsweise wenn ich weiß wann der erste Trailer erscheint könnt ihr einen drauf lassen dass wir uns hier abends treffen werden und werden den Trailer gemeinsam live gucken doppelt gemoppelt wieder auf Twitch und auf YouTube parallel das geht ja eigentlich ganz gut Herr der Ringe der Macht Staffel 2 finde ich ganz gut äh Ringe der Macht Staffel 2 finde ich ganz gut bis jetzt und dann würde ich sagen sehen wir uns einfach morgen wieder und spätestens am Samstag wieder live bis dahin macht's gut ciao jetzt dauert's bis ich hier bei allem offline bin tut einfach so als wäre ich jetzt schon back stream beenden eins zwei und bis hin bis